Ja, das ist jetzt die Fortsetzung. Ja, natürlich, das ist ein Panorama, also das ist ein Seewerk hier. Auf Schritt und Tritt. Audio-Guide Stühlinger, erster Satz. Am Wochenende war jetzt sozusagen der Kick-off mit dem Workshop und da waren acht bis zehn Menschen hier. Und das ist das Redaktionsteam, das in der Zukunft zusammenarbeiten wird und es entstehen zwischen acht und 13 Stationen. Also wir arbeiten gerade an der Blauen Brücke. Das E-Werk ist für uns das soziokulturelle Zentrum überhaupt. Der Stühlinger ist ein internationales, buntes Viertel und dazu wollen wir auch eine Station machen. Und das ist so das Zugangstor zum Stühlinger. Wir wollen in unserem Beitrag die historisch-politische Bedeutung und die gegenwärtige Bedeutung dieser Station zeigen und auch mit viel, ganz viel Atmosphäre und mit Musik und allem, was da so in diesem Zentrum so los ist. Hier, drei Seiten. Ja, da, wo das Scharnstein ist, da. Da warst du schon ganz schön dicht gebaut eigentlich, ne? Ja, da warst du dicht gebaut eigentlich. Ich habe viel gelernt. Wie gehe ich mit diesen technischen Sachen um? Was sind Experten, für welche Themen, für welche Orte? Wie baue ich eine Station auf? Wo müssen wir weiter recherchieren? Ich freue mich drauf, verschiedenartige Menschen interviewen zu dürfen. Auf die erste gemeinsame öffentliche Führung mit diesem Guide. Wenn wir einen wundervollen Audio-Guide für den Stühlinger haben. Ein Projekt des Vereins Kommunikation und Medien in Kooperation mit dem Bürgerverein Stühlinger.